Planet Radio. Support. Local Music. Ja, um sich hier als Newcomer zu bewerben, seinen Song mit einzureichnen, so in der Hoffnung, dass der dann das erste Mal im Radio läuft, das ist eine Sache. Ich glaube, das ist schon ziemlich aufregend, aber damit überrascht zu werden, weil man von Freunden heimlich angemeldet wurde, ich glaube, das ist nochmal deutlich krasser. Und genau das war hier heute der Fall bei Luca, a.k.a. Kalo aus Gießen. Erzähl mal bitte, was da... Hallo? Hallo, der Patrick hier von Planet Radio. Ja, ja, ich bin das. ...hier laufen und Kalo ist mega aufgeregt, weil er hat damit gar nicht gerechnet, weil er hat sich gar nicht selber beworben, wer das für ihn erledigt hat und wie sein Track klingt. First Kiss heißt er gleich. Planet Radio. Support. Local Music. Und die ist heute Made in Gießen, kommt von Kalo. Der ist 20 Jahre alt und, ja, macht Schlagzeug, also spielt Schlagzeug und macht seit drei Jahren Deep House Music. Und er hat einen Track. First Kiss heißt er und der klingt so. All the girls in the club, but it's you, don't want no one else. No one else. All the girls in the club, but it's you, don't want no one else. No one else. Klingt ganz schön gut. No one else. Oh, ich bekomme so Bock auf Feiern gehen. Ich bekomme so Lust auf Club, auf Disco. Oh, egal, wir müssen noch ein bisschen warten. Also First Kiss, das ist der Track von Kalo. Und es wäre sehr cool, wenn der heute hier laufen würde. Also du kannst dich ja anmelden bei Support Local Music, aber Kalo hat sich gar nicht selber angemeldet. Wer hat das für dich gemacht? Hi Ella. Ich wurde von der Schwester meiner Freundin hier beworben und dann heute auf dem Spaziergang in meiner Studentenstadt vom Telefonat überrascht. Und ja, ich bin der Luca, 20 Jahre, produziere Deep House Musik und bin froh, heute Abend hier meinen Song vorstellen zu können. Ich hoffe, er kommt gut an. Ach, wie süß. Also ich habe schon für Ja gewotet, weil ich finde, das klingt wirklich mega, mega geil. First Kiss. Check mal die Insta-Story von Planet und da kannst du für Kalo alias Luca voten. Und ich bin gespannt, ob dein Track dann hier läuft. Ich habe mich hier angemeldet und zwar heimlich von der Schwester seiner Freundin. Deshalb habe ich ihn gestern mit dem Anruf ziemlich überrascht. Hallo. Hallo, der Patrick hier von Planet Radio. Luca, bist du da am Telefon? Ja, ich bin da am Telefon. Hast du vielleicht irgendwie eine Idee, warum ich dich jetzt gerade anrufe? Ja, habe ich. Ehrlich? Wieso? Ja, ich gehe mal davon aus, auch weil meine Freundin, die besitzt, gerade Donnerklacht ist und auch ihre Schwester da ist. Ja, du bist nah dran, ja. Ja, dass es um mein Lied geht. Yes, perfekt. Ich habe nämlich vorhin die Schwester deiner Freundin, ne, habe ich vorhin angerufen, weil sie hat dich hier bei Support Local Music einfach mal angemeldet. Aha, das ist ja echt überraschend. Das ist ja sehr geil, ja. Das freut mich sehr, das freut mich sehr, sehr. Sehr cool. Dann ist die Überraschung auf jeden Fall gelungen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also Luca aus Gießen wurde überrascht, ist heute der Newcomer, den du supporten kannst. Der macht seit drei Jahren als K.L.U. Deep House Music und wurde hier angemeldet mit seinem Song First Kiss. Und der klingt so. Jetzt kommt gleich der Trop, komm, den machen wir noch. Oh, macht schon ein bisschen Bock aufs Feuern, muss ich ehrlich sagen. Luca, du hast diesen Song komplett selbst produziert. Worum geht's da? Genau, also das ist auch schon fertige Vocals, die ich da gefunden hatte im Internet, die ich zwar ein bisschen bearbeitet habe. Lyric-technisch geht's um das lyrische Ich quasi, eine männliche Person, die sich, die das Herz eines Mädchens, einer Frau zu erobern versucht. Genau, also in einem Track, der vielleicht ein paar Emotionen auslösen soll, wenn man die wirklich aufmerksam hört. Ja, auch von der Atmosphäre ein bisschen romantisch, traurig vielleicht sogar. So wie es aktuell aussieht, wirst du den Song nachher aufmerksam hören können, und zwar in voller Länge. Momentan sieht es nämlich gut aus. Im Voting für Luca, a.k.a. K.L.U. aus Gießen, 80 Prozent wollen den Song hören. Insta, Planet Radio Story, kannst du abstimmen. Ob das nachher dann auch noch so ist, das checken wir hier bei Planet gegen halb neun. Support Local Music Ich glaube, das ist schon ziemlich aufregend, aber damit überrascht zu werden, weil man von Freunden heimlich angemeldet wurde, ich glaube, das ist nochmal wörtlich krasser, und genau das war hier heute der Fall. Bei Luca, a.k.a. K.L.U. aus Gießen, erzähl mal bitte, was da los war. Genau, also ich hatte einen Song veröffentlicht, und ich habe zum Glück eine sehr nette Familie und sehr nette Freunde, die das so oder so schon immer bei Freunden rumgeschickt haben. Und ja, dann habe ich auch mit meiner Freundin drüber geredet, und offensichtlich, ich habe ja jetzt noch nicht alles die Hinterkunde mitbekommen, aber offensichtlich hat die das auch in ihre Schwester gesteckt, die auch immer gut am Supporten ist. Und ja, dann hat die das wohl in dieses Formular, in dieses Formular reingeschickt. Besser ist es, Junge, besser ist es! Das ist auf jeden Fall eine Überraschung, also ich wusste es bis jetzt noch nicht, deswegen. Ja, und das hat auf jeden Fall funktioniert, und sie hatte K.L.U. mit seinem Song First Kiss angemeldet, der klingt so. Oh, I love you, bro! Und ja, und da haben die Kurze, Gott sei Dank, Glück gehabt, aber das wäre, glaube ich, die erste Anlaufstelle. Selbst wenn die Freunde vielleicht eher in die Rap-Richtung gehen oder sowas, eigentlich ist fast jeder gute Freund dabei, einem bei sowas zu supporten. Safe, safe, aber die Musik ist ja auch geil. Man muss es zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass viele Menschen auf einen aufmerksam werden, und dementsprechend wird es viele Menschen gehen, die dann die Musik vielleicht feiern möchten. Ja, und das ist eigentlich hier das Stichwort, weil, gucken wir mal, wie viele seinen Song bei Insta gefeiert haben, weil da konntest du ja abstimmen, ob du ihn supporten und seinen Song halt hören willst. Und, ähm, es war ein sehr eindeutiges Ergebnis. Zurecht! Zurecht, Junge! Wir haben eine dramatische Pause gemacht, weil sonst wäre es absolut nicht spannend gewesen. 80 Prozent! Jawoll, Alter, jawoll! 80 Prozent wollen ihn nämlich supporten, und deshalb jetzt hier in voller Länge. Newcomer Luca, a.k.a. K.L.U. aus Gießen mit seinem Song First Kiss spüre ich dir jetzt. So, jetzt sieht ihr aus, jetzt wird gefühlt, ich bin so stolz auf dich, Mann, saugeil! Musik Musik